heute ist freitag wir stehen mitten im wald mit dem auto und noch vor verschlossenen türen und da kommt auch schon jemand und macht uns das heilige tor auf albersdorf im schönen schleswig holstein hier im volksfest wir haben hier schon zweimal gespielt freitag 21 uhr auf die große bühne und um und um und um guckt euch dieses goldstück an diese männlichkeit in person ich kann es gar nicht in worte fassen hier röste um hier mal eine typische bewegung in das spiel zu bringen die freigegebene version mit paypal wir machen ja gerade obwohl möchte dass ich mehr mehr fäkalsprache benutzen und in der ersten folge bin ich angemacht worden dass ich zu grob offen gegenüber war egal wie man es macht es ist ja und das hier ist heute tatsächlich nicht unsere bühne wir spielen dahinter ist eine bühne aufgebaut und da spielen wir heute und werden da ein bisschen die bitte rock kennen aber mal gucken was in den nächsten zwei drei jahren noch so passiert das ist unsere bühne nachher hier ist heute unser backstage bereich mit schönen zu einer kleinen bar und da sitzen die alten Herren hier geht die Party ab da geht es raus zu unserer Bühne und hier auf der anderen Seite geht es raus zur großen Bühne trau dich das hat nicht funktioniert ich habe dich drauf ein weiteres Kap- und Haken tage hoch Ladies and gentlemen, heute ist Samstag. Eigentlich wollten wir in der Mönchelbergstraße spielen. Das hat aufgrund einer Demo so gar nicht hingehauen. Dann haben wir es am Baumwahl versucht. Da waren schon Musiker. Dann haben wir das Landungsbrücken versucht. Da ist auch eine Demo oder eine Kundgebung. Unser Kiosk war irgendwie auffordern. Jetzt probieren wir hier einen komplett neuen Platz aus. Meine kleine Schwester ist es todesgenervt gerade, weil wir gerade aufgebaut haben. Denk fix an zu regnen, mussten wir alles wieder abbauen und jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt versuchen wir unser Glück und ich frage mal kurz das beste Stück von uns, wie er sich gerade fühlt. Ja, okay. Ich glaube, das sagt alles. Ja, jetzt kacken wir hier voll ab. Jetzt kommt der zweite Regenschauer und jetzt ist hier auch Feierabend. Jetzt kommt der zweite Regenschauer und jetzt ist hier auch Feierabend. Heute ist echt der Wurm. Wir haben jetzt echt alles versucht und die Stimmung ist dann jetzt auch im Keller und unsere treuesten Fans auf jeden Fall auch dabei. Aber mit Regenschauer, weil wir können so nicht spielen, dass das hier, dass man das mal sieht irgendwie, dass da unser Rücken, dass unsere Kräfte hier, unser Zeug hier, so wie hier. Solche Sachen, wie wir saufen einfach abmachen, Mischpold abgesehen und so. Und jetzt wahrscheinlich da hinten sind schon die nächsten Wolken und das fängt man hier jetzt gerade gar nicht so ein. Aber das sieht hier auch so aus. Und deswegen jetzt bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.